Karl, hast du dein Türöffnungswerkzeug dabei, was keine Spuren hinterlässt? Ja klar Tim, hab ich immer dabei. Tim, dafür musst du aber mal kurz zur Seite treten. Klar Karl, kann ich machen. So, wartet kurz, ich hab gleich die Tür offen. Tür ist offen, Freunde. Da vorne ist der Laptop. Da sollten die Aufnahmen von den Überwachungskameras drauf sein. So, dann will ich mich mal an die Arbeit machen. Karl, kannst du auch noch die Überwachungskameraaufnahmen von uns löschen? Also wo wir drauf sind? Ja klar, kann ich machen. Ah, hier sind die Aufnahmen von den Diebstählen. Dann werde ich die mal auf mein Handy übertragen. Karl, mach aber schnell. Gabi, du weißt doch, ich bin Experte. Danke Chef, dass du uns zu einer leckeren Pizza eingeladen hast. Ja, natürlich. Ihr habt so fleißig gearbeitet. Ist doch selbstverständlich, dass ich euch dann einlade zum Essen. Was denn eigentlich der nächste Schritt, den wir machen sollen? Das erkläre ich euch gleich, wenn wir im Büro wieder sind. Nein, ich höre Schritte und ich habe glaube ich auch gerade Stimmen gehört. Oskar, Bell, wir müssen die warnen. Chef, ich könnte schwören, dass ich einen Hundebellen gerade gehört habe. Ach, da bildest du dir mal wieder was ein. Naja, wir sind gleich oben und dann wirst du ja sehen, ob da ein Hund ist. Aber was mache ich denn jetzt? Hoffentlich ist irgendwo ein Büro, was leer ist oder was zumindest offen ist, wo ich mich mit Oskar verstecken kann. Sehr gut. Hier ist eine Abstellkammer. Die kommt jetzt wie gerufen. Oh nein, das war Oskars Warnsignal. Das heißt, es kommen Leute. Tim, was machen wir jetzt? Keine Panik auf der Titanic. Ich habe eine Idee. Ein Glück ist Klösschen nicht da, weil dem würde die Idee nämlich nicht gefallen. Was hast du vor, Tim? Aus dem Fenster klattern? Nein, das nicht, Karl. Aber so ähnlich. Hallo liebe Zuschauer. Hier spricht Hauptkommissar Felix. Ihr kennt mich zwar noch nicht, aber kurzer Spoiler. Ich werde eine größere Rolle in Folge 24 haben, also in 19 Tagen. Vielen lieben Dank an Monika und Viktoria. Das sind nämlich die Cousinen vom Redusseur Jakob, denn die haben sämtliche Rollen für dieses Projekt gesprochen. Also danke an euch. Wir würden uns natürlich auch über einen lieben Kommentar von euch freuen und über ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt und ein Like. Ja, wir sehen uns in Türchen 6 wieder. Also bleibt gesund bis dahin. Also bis morgen. Tschüss.